So, hier mal ein Anblick meiner Zuchtpaar 2012. Hans Satinet, Waldweißkopf, Henne Olmo. Hans Satinet, Waldweißkopf, Henne Olmo. Einmal Silber, der Hahn, die Henne, Silber, Isabel. Hahn ist weißkehle. Dann kommen wir hier zum Pärchen Schwarzer halbiger. Das war ein bisschen schlecht zwischen Gitterstäbe. Dann haben wir hier. Fasskopf Olmo. Hahn. Henne Braun. Hahn. 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 Silber, der Hahn, Satinett, Weißkopf, die Henne, Hahn auf Weißkehle. Der Hahn, Satinett, Weißkopf, die Henne, Hahn auf Weißkehle. Weißkopf, Natur, Weißkopf, Eumor. Spalt im Pastell und Satinett. Für dieses Jahr probiere ich mal die Kappelchen aus. Dann haben wir hier gebaut. Nochmal danke an Alex. Dann haben wir hier nochmal schwarzseilige. Danke. Danke. Hier kommt nochmal ein Pärchen schwarzseiliger. 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 Hier haben wir jetzt Naturweißkopf, Spaltbraun, Pastell und Satinett. Mit einer Henne-Braun-Pastell. Der Hahn vergnügt sich mit drei Weibern. Dann kriegt er noch eine Pastell-Henne in Wildfarbe und eine Pastell. Der Hahn, Pastell-Natur, Braun-Pastell und Pastell fliegt da noch um. Ich hoffe es klappt. Erster Versuch mit drei Hennen und einem Hahn. Tja, wollen wir sehen, was wir auf die Stange kriegen. Und bis bald mal wieder. Das ist die Wettbewerbung. Eine Wettbewerbung.